Das Hotel ist gebucht, die Flüge und die Koffer sind gepackt. Endlich geht es in den Urlaub. Morgen geht's los, ja. Aber was ist dieses Kratzen im Hals? Oh je, ich werde krank. Darf ich als Arbeitnehmer erkrankt in den Urlaub fahren? Im Grundsatz klare Antwort, ja. Ich bin als Arbeitnehmer verpflichtet, mich während der Arbeitsunfähigkeit so zu verhalten, dass ich möglichst schnell wieder gesunde. Wenn aber meine Erkrankung mit dem Urlaub überhaupt nichts zu tun hat, das heißt also der Urlaub vielleicht sogar meiner Erholung dienen kann, dann spricht nichts gegen den Urlaub. Aber Achtung, eine Einschränkung. Seid ihr schon länger krank und seid ihr in der gesetzlichen Krankenversicherung und ihr bezieht schon kranken Geld, dann müsst ihr eine Auslandsreise zumindest vorher von der Krankenversicherung genehmigen lassen. Ihr müsst also mitteilen und die Genehmigung einholen, aber gute Nachricht, das Bundessozialgericht hat entschieden, verreist ihr innerhalb der EU, dann ist die Krankenkasse dazu verpflichtet, euch diese Reise zu genehmigen. Also schönen Urlaub und bis demnächst bei der WAF. 1. 7. 15. 15.